heiter was geht ab mit einer weiteren folge von hong react zu den alten folgen als special weil ja das zweijährige jubiläum vor der tür steht anlässlich dazu gab es sogar ein neues pikachu mit strohhut und sonnenbrille ist bereits aktiv im spiel und ja schauen wir mal weiter die ersten paar folgen waren schwach das ist immer noch der tag von folge 2 ich war den ganzen tag am bordeauxplatz also nicht den ganzen tag nachmittag ich habe daraus drei folgen gemacht ist folge 2 davon folge 1 haben wir ein lab was gefangen check das video nochmal auf 98er quana oder so hatte der go da glaube ich war damals nummer eins echt mit fest das habe ich sogar noch nicht das habe ich noch nicht alles gerade 1 3 9 30 das ist geil so kennt mir da irgendjemand ich kann niemanden erkennen es zu dunkel das ist mein zwei kilometer ein taupsy ein volio und ein super schmuck alter wen interessiert's was sie liegt wen interessiert's oh mein gott was ist das für ein action auf einmal ein dragonier ist nicht richtig oi der dragonier ein dragonier mein erstes dragonier oder oh mein gott es bleibt nicht drin alter wieso war die kameraführung von mir damals so so wackelig so wackelig oh mein gott es bleibt nicht drin immer noch nicht immer noch nicht aha ah nein der arme jungen alter er sagt immer noch eis das langweilt mich so hart man das heißt IV junge nicht eis ja ich hab mein software eis aber ja mein erster ist dragonier eigentlich gibt es ein bisschen action action oi der was oh mein gott dimi läuft dimi läuft was da los was da los was da los keine Ahnung ich bin ohne kamera manier perfekt für action shots hier hinten also früher gab es echt ne menge trattinis am botoplatz am botoplatz selbst und dann drumherum also wenn man da immer geframt hat hat man schon ne menge trattini abgegriffen sogar paar hunderter kamen dort die leute da haben immer geschaut die knechte immer gegafft wie heißt denn das video überhaupt auf der jagd nach trattini und dragonier oida wo sind die jungs naja wir sind den jungs gefolgt die neben uns saßen die hatten ne map wir wussten nicht mal was ne map ist oder beziehungsweise wir wussten nicht welche die peribere alle die 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 aah ich habens auf dem Radar toll das bringt halt gar nichts dass das auf dem Radar ist Pokémon Radar ist so schlecht, das In-Game-Radar. Der In-Game-Radar. Auf der Jagd nach Tratini. Auf der Jagd nach Tratini. Auf der Jagd nach Tratini. Wir sind schon ziemlich weit gegangen. Wir sind da schon beim Butler. Da sind die Jungs. Poké Explorer. Was ist denn das für eine Map? Die ist legal aber, gell? Nein, Divi. Es gibt keine einzige legale Map. Damals wusste man das nicht. Da wird es echt jeder gespielt. Jeder, der vorbeist kommt. Ich steck mich so direkt hinter Ento, man. Schau, damit ich es nicht sehe. Aber ich habe es leider gesehen. Vielleicht mal eine Beere werfen, damit es nicht wird. Tratini ist immer ein bisschen schwieriger. Es gab das Gerücht. Tratini ist mit Superball leichter zu fangen, als mit Hyperball. So ein dummes Gerücht. Ja, wenn du es mehr drehst, wird es Entry. gerüchtert mit Hyperball. holla und und Auffall die 100 58 Ich sag mal die Schlecht? Ist mir insgesamt aufgefallen oder schlecht. Aufgefallen ist wirklich schlecht. Zum Passolut wird das Entraffen kommen das video ist schon normaler von der länge her die ersten videos waren echt übertrieben lang 20 30 minuten das hier 30 minuten geht ja noch kaputt am bordeaux platz gab es auch echt eine menge kaputt ich habe den davor gar nicht gefangen der ist mir geflohen aber ich habe es niemandem gesagt das war jetzt mein erstes strattini weil mein aller allererstes strattini von vorhin geflohen ist nicht mal in die kamera gezeigt niemandem gesagt so leute community leider heute nicht sehr freundlich sonst oh mein gott tu es nicht die module laufen immer ja gut dieser zähnlicht und hier ist jeder bestes aufgeladen da ist gleich ein niveau deine große glichkeit wird belohnt ein niveau naja wenn es gute werter hat dann werde ich das zu lieb So, schauen wir gleich noch die Werte an. Mach ich doch so. Wahrscheinlich keine großen Wortschritte machen. Das heißt, Professor Eich, habt ein neues Nidoran heute? Leider nicht. Ich hab jetzt schon so viele Bommos, dass ich locker Nidoran mache, aber kein Problem. Nidoran kann eh nichts. Ich hab so viele neue Decks abgegeben. Das war glaube ich mein erstes Mal am Modo-Plot. Mit Team Gelb hat es gelohnt. Auf jeden Fall. Okay, check mir die Leute ab. Okay, egal. Oh mein Gott, Traumato-Hype. Okay, gerade zu Traumato-Hype. Das war schon öfter so. Das gönne ich mir. 706 Traumato. Ja, gönn dir Dimi, gönn dir. 706 Traumato. Nein Mann, das ist gar die Sache. Und? Für mich. Ich hoffe, es explodiert bei mir. Ja, vor Stärke. Explodiert vor Stärke, so ein Scheiß. Oh, 709. Oh mein Gott, das hat es wiederbefreit. Alter, scheiß doch auf das Traumato, Mann. Ein fliehendes Pokémon ist ein gutes Pokémon. Okay, ich hab's. Gönn dir Dimi. Und Shigi? Okay. Shigi, damals die Starter relativ selten. Grün ist zum Beispiel am leichtesten. Ja, das war klar. Okay. Schauen wir mal die Bewertung an. Okay, mit Shigi wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Das heißt, Professor Eich kann sich über neuen Shigi freuen. Alter, Professor Eich freut sich über alles, Mann. Oh, Smogon. Großartiger Ball. Smogon, cool. Mal schauen, ob es rumbleibt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaub, wir müssen jetzt den Superbeigreifen. Alter, mich interessiert gar nicht, was Dimi labert. Ich will nur die Leute im Hintergrund sehen. Ob ich denn irgendjemanden jetzt kenne. Oh mein Gott, Dimi. Was machst du da, Dimi? Klasse Ball. Klasse, Klasse, ist doch ganz schlecht. Klasse, ist doch nice. 1, 2, 1. Hockey-Stack. Kann man gleich mal schauen. Wie stark war's? 480. 480. Wertung. Ist mir wirklich aufgefallen. Okay. Ich glaub, das war's mit der Action. So. Zeit von Hortus wieder. Juhu. So. Das geht ab. So. Moment. Moment. Wen kennen wir da? Ne. Wir kennen da niemanden. Ja. Ja. Aber so viele Leute damals. Das waren echt noch schöne Zeiten. Kannst den Patienten berichten. Ja. Wir hatten heute einen traumatisierenden Tag. Ja super. Wieder innerhalb von uns. Traumatisierenden Tag. Der war nicht schlecht, Basili. Der war nicht schlecht. Ja. Ja. Und das war der Tag heute. Richtig, äh. In Europe. Ah. Oh, Europe. Boah. 621. Boah. Du meinst du bestimmt ziemlich. Ich schwör ich noch für deine Saison. Du mit keine Flossen. So verkrüppelt. Ha ha ha. Du meinst du ab 13. Endgeil. Egal, Futterfüttung sei ich. Der ist ein häufiger Zorben salat. Juhuuu. Ah, nicht viel los hier, abgesehen von bisschen Farmen, bisschen gequatscht, nicht viel Action, haben wir Doppelhards. Kommt da noch Action oder nicht? Die letzte Minute. Ich komme ins Spiel und es sind zwei Traumatis da. Ich habe schon das eine. Was macht man nicht alles für XP? Ja, man macht eine Menge für XP, Mann. Okay, wo ist Trattini? Oh, noch ein Trattini! Nice! Guter Abschluss für das Video. Noch ein Trattini. Damals gab es noch keine gelbe Börge. Ich hatte sie weggeschickt. Es gab nur Himi-Börge. Ja, das war's. Outro von... Wer macht das Outro? Alter, Dimi macht das Outro. Damals beim alten Yu-Gi-Oh! Kanal hatte jeder sein Outro. Dann habe ich das immer abgewechselt. Ausgehend davon, wer wie viel in dem Video gerade gemacht hat. Und ja! Outro von Dimi-Zwecks Yu-Gi-Oh! Das war's von mir und dieser Folge von Punk Reacts. Wir haben... 2 Trattini gefangen von 3 und 1 Dragonair. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Man stelle sich vor... Man ist jeden Tag dort. Dann hätte man am Anfang echt eine Menge machen können. Das war mein allererstes Mal. Am Bordeaux-Platz. Am Fiegerstopp. Farmen. Trattinis fangen. Also... Ich hätte damals früher echt öfter da hingehen sollen. Aber coole Sache. Das war's von mir. Dann schreibt man in den Kommentaren, ob ihr das Original-Video gesehen habt oder nicht. Und... Ja! Immer liken. Subscriben. Kommentieren. Checkt die Analyse ab. Checkt das Original-Video ab. Checkt den neuen Shop ab. Neue Preise habe ich da. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten vergesst nicht. Pokémon is serious business!